Und damit ein herzliches Willkommen zu Raw is War, der letzten Raw is War Ausgabe vor Backlash oder auch Extreme, ne Payback, ich hab's umgehendert zu Backlash. Ja, für die vierte Woche sagte ich ja, logisch, es werden die gepusht, die eventuell ein Titelmatch haben, also in diesem Falle Seamus und Cesaro. Wir müssen ja logisch vorgeben, weil ich glaub nicht, dass wir Revival, Cesaro und Seamus, kurz vor dem Pay-Per-View, groß besiegen könnten. Na klar, besiegen können sie mich. Aber wenn man's logisch betrachtet, müsste Cesaro und Seamus gewinnen. Nein, ich wollt nicht den Rev, ich wollt dem anderen da auf die Glocke geben. So. Oh, er kommt mit einem Whip in. So, und jetzt kommt die irische Power. Na, 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 du Konter-Mufti. Na, warte, jetzt geht's hoch und... Gedreht geht's dann auch wieder rund ab. Oh, Heini. Weiter die auf die Melone, die er Kopf nennt. Muahaha. Ah, komm, so viel Kraft hab ich da jetzt gar nicht reingepackt. Auf jeden Fall ist seine Rübe schon ein wenig gelblich und... Na, der Oberkörper auch. Komm, stehen sie auf. Und jetzt ein bisschen die Nacken durchrenken. Aber vielleicht sollten wir mal eine Double-Team-Aktion machen. Dass auch Cesaro mal... Äh... Wer hat die erlaubt, zu wechseln, äh, zu kontern? Okay, jetzt geht's in die Ecke von... Revival. Aber die haben das immer noch nicht hingekriegt, dass, ähm... Wenn der Rev abgelenkt ist und dann Tag erfolgt, dass der dann, äh... gedingst wird. Nicht anerkannt oder so. Das haben die noch nicht hingekriegt. Schade eigentlich. Ja... Also ich weiß nicht, Scott Dawson, der macht mir hier grad ein bisschen das... Leben schwer. Und German-Supplex von... Schamuz und jetzt gibt's den Wechsel mit... Cesaro-European-Uppercard. Na. Und jetzt haben wir auf jeden Fall die Leute mit wenig Haupt-Tar auf dem Kopf... im Ring. So. Wollen wir mal ein bisschen was tun hier. Ab nach oben, ab nach vorne und auf das Knie. So läuft das gegen Cesaro, den Schweizer Supermann. Und jetzt? Again? Mensch, Scotty! So, was du kannst, kann ich auch. Also, kontern. Wow. Nice. Nicer Dicer. Jetzt geht's wieder in die Ecke von Seamus & Cesaro und jetzt nimmt er ihn zum Snapsuplex. Und der European Apacard. Reicht das denn schon, um den Sieg davon zu tragen? Nein, es reicht nicht. So, nee, das war der Cesaro-Swing. Und jetzt Sharp-Shooter von Cesaro. Wird Scott Dawson aufgeben? Natürlich wird er aufgeben. Und er tappt ab im Sharp-Shooter. Und Seamus und Cesaro gehen mit einem Sieg zu Payback-Backlash. Whatever. Ich find das so witzig, wie die das machen. Na komm. Und nein, er geht zur Seite. Wir kommen jetzt zum nächsten Match of the Evening. Oder besser gesagt, zur nächsten Promo. Vermiss hält eine Promo. Dem hab ich auch im Übrigen ein alternatives Outfit. Mal gucken, wann das auftaucht. Und er ist ja immer noch der Intercontinental Champion. Ich bin mal gespannt, gegen wen er antreten wird. Wer wird sein Gegner sein bei Backlash? Vielleicht erfahren wir es, indem er ihn herausruft. Oder so in der Art. Okidoki. Ja, er lässt sich feiern. Mr. Awesome. Vimis. Der erhobene Zeigefinger. Greatest of all time. Ok. Best Pay-Per-View ever. Es ist nicht mal ein Pay-Per-View. Ist ja auch egal. Nur mal gucken, was er so zu sagen hat. Hört, was ich zu sagen habe. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Was ich zu sagen habe, wird euch vielleicht nicht gefallen. Es könnte euch verletzen. Es könnte euch schockieren. Es könnte euch sogar beleidigen. Aber mir ist das egal. Ich habe das Mikrofon. Wir haben von Leuten an den Bildschirmen. Sehen mir zu. Also lehnt euch zurück und lauscht. Naja, ich bezweifle, dass gerade eine Million Leute dieses Let's Play gucken. Ich bin schon froh, wenn dieses LP von 10 Leuten geguckt wird. Da bin ich schon froh drüber. Ach ja, Bray Wyatt. Da war ja mal was. Wenn natürlich Bray Wyatt gegen ihn in den IC-Titel antritt. Also. Boah, wird schwierig. Klar, Vimis ist ein super Wrestler. Will ich nicht bestreiten. Ein exzellenter Worker. Aber ein Bray Wyatt würde, Wimis doch, Ahnung für sich in der Luft zerreißen. Also eigentlich. Schwierig, wenn man da beim Pay-Per-View nimmt. Eigentlich müsste man Bray Wyatt ja nehmen. Nomen. Ja, Nomen. Ich sage Nomen. Aber er zieht halt seine Psychospielchen noch nicht so richtig durch. Was ich schade finde. Ja, er hat das Mikrofon in der Hand. Er will uns was mitteilen. Wer weiß, vielleicht baue ich nach dem Pay-Per-View mal die White-Family wieder zusammen. Das wäre ja auch ganz geil. Und was hat er Unsinn zu sagen. Bla, 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 bla. Mehr höre ich nicht, Kumpel. Wird also Zeit, dass du mal was Sinnvolles sagst oder die Klappe hältst. Bla, 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 bla. Seine Wortwahl, nicht meine. Ja, wir haben doch unsere... Wir alle wissen, dass du eine Eintagsfliege bist. Okay, Großer. Du schaffst es also hier rauszukommen und einen Weg in den Ring zu finden. Du schaffst es sogar ins Mikro zu sprechen. Aber was dann? Wir wissen, was du zu bieten hast. Und das ist nichts Neues. Wir haben es alle schon gesehen. Du kennst nur einen einzigen Trick. Und den hast du bereits ausgiebig vorgeführt. Vielleicht wird es Zeit für den Ruhestand. Das Rumsitzen hinten hat mich gelangweilt. Also bin ich mal rausgekommen, um was zu sagen. Ich bin der talentierteste Superstar im ganzen Roster. Und ich bin hier, um es zu beweisen. Mir egal, wann und gegen wen. Ich trete gegen jeden an. Bis die Chefs mir genau das geben, was mir zusteht. Und zwar die ganze Welt. Mal, wir haben es ja. Hier ist alles kein Zufall. Nehmen wir doch mal. Kombo. Bevor du hier noch weitermast, würde ich die Dinge für dich ganz gerne klarstellen. Ich und alles, was du hier siehst, ist nicht bloß aus bloßem Zufall passiert. Es ist nicht wegen dem passiert, wer ich bin, sondern wegen dem, was ich tue. Wenn du diesen Weg also weiter verfolgen möchtest, solltest du wissen, worauf du dich einlässt. Und zwar ganz genau. Das ist genau das, was passiert, wenn ich mich auf das Niveau herablasse. Auf dem die Leute wie du herumkrebsen. Irgendein Großmahl versucht berühmt zu werden, indem es seine Sprichwörter in 15 Minuten damit verbringt, mich zu belästigen. Und genau wie alle anderen, auch wirst du am Ende auf dem großen Haufen mit all jenen Landen, die sich zu nah an die Sonne gewagt haben. Na, wir haben ja noch eine Mikrofähigkeit. Alles an dir ist albern. Nehmen wir. Du bist albern. Deine Attitüde ist albern, dein Verhalten ist albern und deine Herausforderung ist albern. Mir ist das ja einerlei. Und es bringt mir auch nichts, dich in deinen Wahnvorstellungen zu bestärken. Indem ich dir ein Match mit mir gebe. Oh, können wir das sogar so machen? Ich glaube, wer missgewinnt die Probe. Na, guck mal, was hat Bray jetzt zu sagen? Ich weiß, ich weiß. Ich bin ein Störenfried. Du kannst nichts Schönes haben, wenn ich in der Nähe bin. Ich bin der Kerl, der dir jede Party ruiniert. Ich bin derjenige, der Sachen sagt, die man nicht laut aussprechen sollte. Also was wirst du dagegen unternehmen? Gute Frage. Du hast Mummi gegenseit vor allen anderen, anscheinend für sie zu kämpfen. Ja, wir nehmen das. Bei mir kriegt doch nicht jeder eine Chance. Wir sind ja immer noch arrogant. Du hast eine Chance mit mir im Ring. Vielleicht kriegst du eines Tages eine. Aber erstmal muss ich sehen, ob du das auch auf die Reihe bringst. Es kriegt doch nicht jeder die Chance, sich mit dem großen Mann anzulegen, mein Freund. Und wenn ich dich nicht für würdig halte, dann kannst du gleich einpacken. Und wir haben das letzte Wort. Oder er sagt noch was? Er sagt noch was. Ich habe schon Ameisen zermalmt, die ärter waren als du. Du bist keine Bedrohung für mich. Es ist zwecklos. Ein Kampf mit dir wäre nicht mal lang genug. Für mich als Übungsrunde durchzugehen. Wenn ich nicht mal lang genug Hunger aus Frühstück erarbeite. Wovon spreche. Ich habe gerade Hunger. Also, tschüss. Ah, wir dürfen noch ein Abschlusswort sagen. What? Hat der das jetzt einfach beendet? Er hat das letzte Wort. Ich drehe durch. Naja. Dann halt Bray Wyatt. Er hat Hunger. Und tschüss. Und wir kommen jetzt zum nächsten Match.